so schock gedenken letzte halbe stunde langsam mal nach hause gehen den schmerztaus ab liefern genau ich glaube hier war noch irgendwo schilder zum teleportieren wo waren die denn da beim brunnen ja hier war das hier gehen nach der usa bin da schock ist auf die nördte schmerz besser da ist ja schon da reise gewesen oder gerne wieder auf jeden fall und deshalb weg alles klar das würde ich sagen kommt gut nach hause ja ja auch du auch ja wir auch ja ja und dann bis die tage genau bis die tage alles andere im gaming whatsapp channel richtig okay bis denn ich komme jetzt hier wenn ich so die tue darum eigentlich nicht so ja ja was war jetzt erst mal ich fragte eine goldmünze verweck die ich jetzt irgendwo gefunden habe und dann werde ich mal draußen ein bisschen weiter bauen aber wird gerade dunkel oder ich weiß nicht ja die sonne geht unter die sonne geht unter so ich habe ein wissensfragment rein damit so not in der jar kein gehirn im glas das wollen wir nicht das ist verbotenes wissen das ist alchemie müsste das sein das könnte passieren verboten wissen dann kriegst du wort und sowas da musste irgendwann mit zu viel wort was musste irgendwas dann wieder immer zu studien nehmen alle halbe stunde ach du scheiße kann man auch so sagen ja so kopie wo gab es die not in der jar das war doch bei alchemie drin oder nicht wo gab es die not in der jar aber bei artefakten hier ist der knochenbogen den höllischen ofen gehirn im glas das will ich ja das nicht golem da war es bei den zauberstäben drin stab fu ki fu ki tasche da kann es nur eine alchemie drin sein hast du das schon erforscht not in der jar oder sowas äh glaube ja aber ich finde es hier drinnen gerade überhaupt nicht drin das hier drinnen bleibt not in der jar wo gibt es das zwergstäbe langstäbe zinnpuffrierung talg zinnpuffrierung 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 bet slogaşte zinnpuffrierung 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 net baul usw ja ali des des det das das ohr not in the jar ach so liebe, jetzt fahr ich mal von oben an hier ist das schon irgendwo erforscht? fortgeschrittenes notienzapfen hab ich auch schon erforscht im alles meisterhaftes notienzapfen hab ich das kann man nämlich machen not in the jar? kannst du nur not in the jar packen dann transportieren mitnehmen glaube ich aber nicht glaube ich nicht das ist gehören im glas verbotenes wissen es auch nicht also nicht go diamantik ach da müssen wir auch mal weitermachen nicht heute ich muss in der alchemie irgendwo da haben wir wo wir müssen aber bei yukari mal nachgucken automatische alchemie alchemie für die massen meine forschung die kann ich auch noch machen ja ja ich habe hier eine die 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 aber wo oben tut sich nichts mehr auf derzeit der alchemie tot ins jar habe ich gar nicht es gibt das hast du was hervor ich habe an bing gehört ein zettel das heißt dann reicht mal wissen dafür noch nicht aus weißt du das ist ja doof der kabel schöne spinne irgendwo rum die höre ich doch finde ich aber der forschung kriegst ja nicht hin und topi fertig Was darf ich noch nicht erforschen? Kleine Teufel, okay. Darf ich auch noch nicht. Was ist das? Tragbares Loch. Toll. Was macht man mit einem tragbaren Loch? Keine Ahnung. Ich finde das hier partout nicht. Glasfiole. Ich finde es ein Artefakti. Keines Ohr. Akane Lampe. Das ist Kuli Mantec. Wir haben auch nichts weiter drin. Irgendwo muss es das ja geben. Aber ich weiß aber nicht wo. Na gut. Dann machen wir was anderes halt. Machen wir draußen noch ein bisschen Erdbau. Ist gerade Nacht? Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Ich bin drinnen. hier. Ja, es ist Tag. Das ist gut. Geht man jetzt mal wieder zur Baustelle. Du bist gleich, Schatzi. Ja. Ich bin hier beschäftigt. Mach sie wieder erforschen. Das ist ja. Ja. Hier geht's mal wieder. Machen wir jetzt mal zu. Das ist ja irgendwo ein Himmel der Erde. Das kann sich ja so weit zugebaut sehen, dass es ordentlich hier auskommt. Der Zugang kann da so bleiben. Dann haben wir hier vorne noch so etwas, was noch zugebaut werden muss. Das machen wir auch mal. Das ist ja irgendwo. Das ist ja irgendwo. Das ist ja schon fast verkehrt gebaut. So. Hier kommt auch schon wieder irgendwas. Komm noch. Du stirbst eh. Frage ich dir doch. Er glaubt mir wieder nicht. Da haben wir die ganzen Zombies auch mal herkommen. Diese Zombies die Nerven teilweise. Dann arbeiten wir die Nerven total. Okay. Du schaffst ja nicht, weil ich gar nicht herkomme aus der Nachbarhöhle gegenüber. Das ist ja super. Fahre mit dabei als Zombies machen, wenn sie mich nicht krallen können. So. Bald alles so schön zugebaut. Das ist das Hinterhaus ja alles dicht. Was machst du? Weiterschen Schub? Ja. Und wie läuft das? Es geht. Wohin geht es denn? Weiß ich noch nicht. Es geht. Hast du nicht gedacht, wo es hingeht? Nein. Ist aber doof. Du musst überlegen, wie es jetzt weitergeht. Also ich erforsche automatische Alchemie. Das habe ich schon. Hast du schon stark Fokus bannen gemacht? Bannen. Nee, habe ich noch gar nicht. Das habe ich noch nicht gemacht. So, das ist hinterm Haus endlich mal ordentlich. Das habe ich schon so lange vor mir her. Weißt du das? Mhm. Das ist hier dicht, ne? Ach süß. Oh, es sieht so richtig ordentlich aus. So. Erwischt. Erwischt. Da wird ich noch ein paar Pfeile machen von meinen Armbrust, die ist genial. So. So. Okay. Ja, da ist alles da, was ich nicht so braucht. Jetzt gibt es noch mal ordentlich Erde. Die Stacks kriegen wir hier rein in die Erde. 80 Stacks, aha, sicherlich. Die Stacks, aha, sicherlich. Ich will ein paar Fakten anpacken, ich habe nämlich keine mehr. Oh, 50 Stück soll ich das mal reichen, denke ich mal. Was macht Jogi? Immer noch vor Schepp. Muss ich jetzt mal überlegen. Wir müssen uns ja bald schon treffen oben, ne? Ja, wir haben noch 10 Minuten. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Wenn ich jetzt das Ding entziehe. Und was drin? Das ist Strugolinsen, okay. Sprakatensia ist das. Gepräßige Truhe hat es eingelagert, okay. Dann mache ich mal ein bisschen Taumium backen. Kann man immer gut gebrauchen. Nicht wahr? Oh, ich habe die schnellen Schuhe an. Das ist doof. Das ist schön. Das steht unten schon. Ich mache noch ein bisschen Taumium backen. Das kann man immer mal gebrauchen. Und ihn zum Eintauschen. Lassen wir mal arbeiten. In der Zwischenzeit ernte ich ein paar Nesawarzen. Ganz da unten laufen hier, Mann. So. Ach, der arme ist unten auch noch nicht mal ganz fertig. Ich kreie. Ich kreie. Ich kreie. Ich kreie. Ich kreie. So, das haben alle Messerwarzen abgearbeitet. Da pflanzen gleich alle hier wieder neu. Seelen sein ist also sowas von langsam, wenn du darauf herumläufst. Weißt du das? Mhm. 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 Weißt du das? Weißt du das? Ja, dann wird es auch einfach. So. Und ja, da war es ein Wachsamer schnell, meine Güte. Ein paar Sekunden hier unten, aber die nächsten schon wieder. Gut, das haben wir auch gemacht. Und schmeißen wir die jetzt mal in den Destillierer. So machen wir die Tür, ganz wichtig. Dum 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 dum. So. Nicht wieder in der Wand hängen bleiben. So. 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 So schön. wieder abfüllen da warten wir noch ein bisschen mit die truhe noch mal 3 haben 19 tauben und bachen jetzt das ist doch cool 19 stück ich mal gleich mal unser lagersystem rein noch mal 56 von denen ich mache jetzt auch ein er war noch her war herbar aber habe schon so viel wir lassen uns schon brennen da bin ich gleich fertig dann können wir uns gleich oben treffen wenn du es möchtest ja okay ich zu meinem banan splitt jetzt hoch gibt mir noch mal eine minute ich muss ja gerade noch ein bisschen am destillieren hier bald können wir die advents machen hier wieder aus minecraft holen weißt du das ja der ofen knarrt schon wieder das ist voll das glase hier haben wir noch eins also da hat man was reingekriegt ist egal ist jetzt halt auch nicht mehr brekantatio haben wir auch das ist doch wunderbar das läuft doch was ist oben jetzt noch drin und jetzt ist der ofen leer wunderbar wasser hier geht ein brekantatio ok wo ist bin ich draußen ok da kommt jetzt nach oben hoch ich bin hier für wie ich ja na gut die arzt aus war bei diesen anderen darstellungsmarkt trainer haben so da sind wir wieder heute wieder viel gereist neu und altbekannte orte entdeckt zwischen gezaubert wissen erforscht ja das war's eigentlich oder ja mit diesem wort mal abschließen hat spaß gemacht euch und bis zum nächsten mal tschau tschüss